So, nun beenden... nein, machen wir das Gespräch hier weiter. Ich muss mit den Magiern sprechen. Dann sprichst du am besten mit Gielana. Sie ist die Hüterin der Wurzeln und kennt jeden Magier in Tushu. Geh einfach die Treppe hoch, die in den Baum hineinführt. Da steht sie irgendwo rum. Was hast du im Angebot? So, was hat der Jungen zum Verkaufen? Zumindest erstmal werden wir auch was verkaufen. Fechtschuld. Brauchen wir nicht. Regen der Steinhaut. Musste ich gleich mal nachschauen. Starker Heiltrank, geringer Heiltrank, Heiltrank machen wir so. So, was hat er hier? Äh, was haben wir hier, wollte ich sagen. Äh, alchemistische Sutan, alchemistisch, bla bla. Was können wir alles noch gebrauchen hier? Hm. Ja, brauchen wir halt alles noch. Deswegen verkaufe ich davon jetzt nichts. Was hat er denn zu verkaufen? Ja, 155 Gold. Hey. Ähm, Rezept für das Elixiere des Heldenmuts. Gehächtete Waffen, Sägezahn, Bolzen. So, das brauchen wir einmal mit 1800. Gemistische Rezept für starke Heiltränke. Das brauchen wir auch noch mal. Dieses Rezept brauchen wir auch noch mal. Ich glaub, das hier auch. Das Ding ist scheiße. So, äh, die Klinge der Schwertmagiers. Haben wir die denn schon? So, Moment. Nee, nee. Falsche Knapp. So, Klinge der Schwertmagiers. Dies haben wir auch schon gelernt. Das brauchen wir nicht mehr. So. Was denkst du über Leborash? Ach, der nervt. Selbstgerecht und eingebildet ist er. Einfach nur lästig, der Kerl. Hast du Angst vor Leborash? Angst ist das falsche Wort. Mit dem Bastard kann man einfach nicht reden. Grundsätze und Prinzipien, das ist alles, was er kennt. Mein beschissenes Leben besteht aus Kompromissen. Was für Grundsätze hat Leborash? Keine Gewalt, kein Schmuggel, kein Sumpfkraut, kein Alkohol. Verdammt, wie soll das gehen? Ich muss Geschäfte machen. Tja, tja, so ist das halt. Was denkst du über die Magier? Es wäre gut, wenn sie die einfachen Leute hier im Ort ein bisschen unterstützen würden. Aber sie kümmern sich nur um ihren eigenen Kram. Was hast du im Angebot? Joa, so. Ich wollte hier nochmal kurz gucken. Dies Rezept brauchen wir schon mal nicht. Ich dachte, ich kann das hier so ein bisschen sortieren oder so. So, was bringt uns das Ding hier? Ihr glaubt, dieses Rezept haben wir noch nicht. Dieses brauchen wir auch. Tja. Ähm, Löcke Krallen. Da. Verkauf ich mal. So. Verkauf ich jetzt mal 10. Schattenhäuptling. Verkauf ich auch mal ein paar. Sonnenbeere, ja. Kann ich mal 20 verkaufen. Dämon Käppchen. Nö, boah. Ne? Verkauf ich mal 15. So. Sonst haben wir nicht was hier viel zu verkaufen hier. Sondern wollte ich nur mal hier gucken. Ring der Steinraut. Lol. Wieso haben wir den nicht ausgerüstet gehabt? Verstehe ich nicht. Okay, gut. Haben wir den jetzt auch ausgerüstet? So. Also. Bevor wir hier. Bevor wir hier oben rum gucken. Werden wir mal hier alles unten das mal erkunden. So. Wie kommen wir da so um. Gelben Punkt da oben. Ist das tatsächlich oben? Schauen wir mal. Erstmal. Gucken wir hier. Kurz. Kocherset für Brackwassersuppe. Mh, lecker. So. Ah. Zack. 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 Knoblauch. Elixier das Heldmutz. Sehr geil. Sumpfkraut. Süßwurz. Sumpfbogen. Und Jagdpfeiler. Was habe ich? Zwei von benötigten fünf Elixiere des Heldmutes. Um. Um. Was sehr schönes herzustellen. Genau. Die Klinge des Schwertmagiers. Die will ich herstellen. Und dann geht das schon ab. So, nach oben wollen wir erstmal noch nicht. Hier ist so. Die. Moment. Ja. Innerstatue. Genau die habe ich gesucht. So 13 von 15. Äh. Von 30. So. Rostiger Paladinschild. Besser geaxt. Ja. Ist doch schon mal cool. Ansonsten. Ist hier nichts. Wer bist du? Militionär. Weiter gehen. Ist ja gut. So. Sekunde. Da ist noch was, was ich einsammeln wollte. Ähm. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Da sind noch. Lerker. Die ich vergessen habe. Zu töten. So. Mal ich mal jetzt eben. Au. Au. Wie viele denn noch? Komm her. So. Lerker Krallen. Lerker Krallen. Bisschen Kraut. So. Noch mehr von bisschen Sumpflilien. Ähm. Gut. Haben wir die auch gekillt. Wie. Kein Spinnis? Haben wir das schon eingesammelt? Na gut. Den halt nicht. So. Ist wieder hier rein bitte. Ähm. Da vorne. Man verliert hier leicht die Orientierung. Das ist. Nicht gut. Wee. Respekt. Äh. Ja. Danke. Sieh an. Der Kerl hat was drauf. Ja. Ich weiß. Das Essen wird langsam knapp. Ja. Musst du dir was kaufen. Dann ist das wieder okay. So. Was haben wir hier? Leere Schriftrolle. Truhe. Gold. Starke. Ausdauertrank. Leinenden. Bandagen. Sumpfschoten. Sumpfkraut. Und Süßwurz. Man weiß echt nicht wo man hier noch so hin soll. Tausend Wege. Das habe ich schon angesammelt. In der Statue davor. So. Hier nochmal Natur. Na. Was ist denn los? Boah. So. Jetzt aber. Zack. Zack. Meine. Kleine Bandagen. Süßwurz. Knoblauch. Todesblitz. Stumpes Messer. Und eine Handachst. Braucht keiner. Hier. Ne. Freut mich. Freut mich. Weiter geht's. So. So haben wir hier. Sieht da eine Schmiede aus. In der Fiole. Noch eine Fiole. Ich hätte es doch nicht was anderes erwartet als Fiole. Weil die sind eher aus für einen Alchemisten. Da war Fiole. Bei einer Schmiede sollte man normalerweise so Schmiedesachen erwarten. Naja. Wer bist du? Bürger. So. Bevor ich da hingehe. Bürger. Leboras. Sei gegrüßt. Jo. Tag. Gut. Du hast sonst nichts weiter für mich. Ja. Hier war ich schon. Genau. So. Vor ich da überall hingehe. Werde ich hier nochmal nachgucken. Achso. Das ist die Schmiede. Wo wir ja eben waren. Na. Du lebst hier aber auch irgendwie. Stylish an die Wand. Salud. Töchchen. So. Was nochmal hier. Elixier da stärker. Ja. Mit hier reden wir gleich. Jo. Wird die Spannendes. Gibt es hier nichts zum Einsammeln. Wer bist du? Bürgerin. Das Essen wird langsam knapp. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So. Ja. Reden wir jetzt erstmal. Mit dieser Person. Ach ich. Ja. 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 too. Bis zum nächsten Mal.